Luxus, Orgien und Partys müssen irgendwie finanziert werden. Lügen und Zuhälter seid ihr. Mädels mit LSD vollpumpen und sie für Geld an senile Böcke verkaufen. Solange man uns nichts nachweisen kann, sollen sonst den Hobel blasen. Ein Kommissar räumt auf. Ich weiß, dass Sie hinter derselben Sache eher sind, wegen der wir uns seit Tagen die Haken ablaufen. Ich brauche ein paar Beweise, die ich mir auf legalem Wege nicht verschaffen kann. Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn. Auf das vierte. Klasse Krimis.